ja, auf geht's zum nächsten Kanal wow die Mütze jetzt füllen wir nochmal dann gut ja 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 nein ok ja ich habe ja 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 Einmal gehen wir dann nach links als erstes und dann nach rechts und für die Aufnahme. Warte mal. Schnell noch vor, der wird das ohnehin voll. Haben wir irgendwas, wo wir was befestigen können? Nein. Okay, Matze, wieder hocken. Wieder Kanalismus. Okay. So. Boah. Das ist ja noch mehr Energiese, ne? Ja. Weil es keine vulkanerische Straße ist. Mehr glaube ich. Ne, ist auch wieder so ein Furzdeckel. Aber ey, guck mal, die ist auch zugebaut. Die ist auch zugebaut. Man muss mich vorlassen, Patrick. Zum Filmen. Ja. 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 Das ist tief. Haben wir abgemauert. Was ist das so weich, das Zeug. Ja. Boah, das hat Gefälle. Ja. 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 Das ist super, Robert. Ja. 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 Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist wahrscheinlich die kürzeste Panathaltung in der Größe, die ich kenne und der vielleicht über der Welt. Ich weiß es nicht, schreib es in die Kommentare. Es scheint ein 36er Mauerwerk oben zu sein und ein 24er oben in Binderläufer. Das war's. Hättest du das nach hinten und du darfst dir... Brauchst du dich nicht? Doch, ich könnte sagen. Achso, okay. Du darfst dir von mir aus jetzt deine... Nee, nee, ich mach das nicht. Nee, kannst du jetzt machen. Ist egal. Nee, jetzt schaue ich es nicht. Warum? Ich blieb die Mama. Ach. Dann mach da vorne. Das ist ärgerlich. Ja. Glaube ich auch. Ja. Guck mal. Die Probe ist genau wie das hier. Oder? Schade. Aha. Na ja. Es geht gerade wieder vorne. Warte? Ja. Warte. Aufpassen. Das ist ein... Schätze ich mal 3000er Rohr. Das ist ein... Schätze ich mal 3000er Rohr. Das habe ich...